Herzlich Willkommen bei Hallo Meinung. Ja, Sie haben den Vorspann gesehen, Jürgen Braun, ein Mann der Kommunikation, war beim Öffentlich-Rechtlichen und jetzt ist der stellvertretende kirchenpolitischer Sprecher, Bundestagsfraktion der AfD. Herr Braun, wie immer herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr, Herr Weber, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Und ich finde es ganz toll, Ihre vielen, vielen engagierten Zuschauer, die da wirklich eine tolle Basis bieten, um gut zu argumentieren und fragen, ja, sich den Fragen zu stellen, den die anderen sich nicht stellen. Legen wir los. Und beim Öffentlich-Rechtlichen haben die immer ein Kärtchen in der Hand und die Kärtchen liegen hier bei mir zu den Fragen. Ja, Herr Braun, das Thema evangelische Kirche, Sie sind stellvertretender kirchenpolitischer Sprecher. Wir haben den Vorspann gesehen, verschont mich mit politischen Predigten, der neue christliche Sozialismus. Ist das übertrieben? Tja, es gibt eine Art christlichen Sozialismus und manche sagen auch, gerade engagierte Christen, sagen auch in den letzten Jahren, dass diese evangelische Kirche Deutschlands eine Art Verlängerung der grünen Partei ist, wie man manche das dann ausdrücken, wenn sie im Ausland darüber schreiben. Und das ist der Hammer dabei. Und die katholische Kirche ist ja inzwischen kaum noch zu unterscheiden. Denn in Deutschland, dieser sogenannte Synodale Weg ist ja eine politische Aktion. Ja, es treffen sich in der sogenannten Kirche in Deutschland, in der evangelischen, die katholischen, in führenden Positionen, Synoden und so weiter. Das ist ein Ersatz. Das ist Ersatzpolitik. Nicht legitimiert durch freie Wahlen. Niemand wählt einen Pfarrer in der Politik. Er ist dazu da, um es ganz einfach zu sagen, Glauben zu vermitteln, für den christlichen Glauben zu werben und Seelsorge zu betreiben. Er hat keinen Pfarrer, keine Synode, hat die Legitimation, die große Politik zu machen. Wir erleben, wenn der evangelische Kirchentag ist, wir sehen, wenn wir medienwirksame Zusammenkünfte haben, dann tauchen plötzlich die letzte Generationen auf. Dort taucht Fridays for Future auf. Ist das falsch verstandene Jugend-Zurückgewinnung? Ja, man hechelt da hinterher. Ich denke, es gibt auch selbst in so einer evangelischen Bundessynode noch wohlmeinende Christen, die tatsächlich Christen sind, neben den nur noch politisch Tätigen. Die meinen, glaube ich, wenn sie der Mode hinterherjagen, werden sie die Mode erheischen. Aber das klappt halt nicht. Man ist halt nur ein Nachahmer. Das Monopol der Kirche für Seelsorge und für christlichen Glauben, das ist die Stärke, die seit 2000 Jahren existiert. Es ist das Verrückte, dass man nun der Meinung ist, ob nun katholisch oder evangelisch, von der Spitze her, man könne irgendwelchen grünen Gedanken hinterherhächeln und dann sei mal gut. Und daneben ist ja diese letzte Generation, ist ja auch eine Art Konkurrenz, eine primitive Konkurrenz, eine Endzeit-Sekte, die das Christentum de facto bekämpft. Es ist ganz klar gegen das Christentum gerichtet, diese Predigten, diese irren Predigten, diese Aktionen, diese menschenfeindlichen Aktionen dieser Gruppen, wo der Weltuntergang beschworen wird. Das darf man alles nicht vergessen, aber wir wissen ja, Endzeit-Sekten haben immer schon Menschen beeinflusst und am Ende bringen sich manche von diesen Leuten um und bis auf den Weg dahin werden häufig andere geschädigt. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass man Menschen an der Fahrt zur Arbeit hindert. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass Menschen irgendwo auf irgendeinem Weg überhaupt von dieser letzten Generation gestoppt werden. Das sind verrückte Endzeit-Spinner und das Typische ist ja auch, dass es dann auch Gurus gibt. Es gibt dann ganz klassisch eben diese Greta Thunberg, ein etwas behindertes Mädchen, jetzt älter geworden. Da tut man so, wenn man irgendwie geistig etwas behindert ist, als ob das die Offenbarung sei. Das erinnert an so mittelalterliche Vorstellungen in irgendwelchen Dörfern, auch in Deutschland, wo man dann sagt, ja, die ist nicht ganz dicht, das Mädel, aber die kann sehen, wenn du mit ihr sprichst. Die kann dir sagen, was nächste Woche sein wird. Die ist zwar ein bisschen komisch, die Gretel, aber die kann dir sagen, was nächste Woche ist. Die hat das zweite Gesicht oder was. Das ist alles irrationaler Wahn. Das sind Wahnvorstellungen und es ist traurig. Es ist traurig, dass da Kirchen mitmachen. Was habe ich jetzt festgestellt, im November ist die ganze oder die halbe Synode aufgestanden, hat minutengang geklatscht bei einer gegen unsere Demokratie gerichteten Stellungnahme von irgendeinem Mädel der letzten Generation. Diesen Leuten unterwirft sich die Kirche. Das heißt, die Kirche, die evangelische Kirche und in weiten Teilen auch die katholische Kirche unterwirft sich de facto völlig irren Sektenpredigern der letzten Generationen, statt sich Jesus zu unterwerfen. Das kriegen sie offenbar nicht mehr hin. Das kriegen sie nicht mehr hin und machen den Menschen Angst vor dem Weltuntergang. Wir erleben ja auch Kirchenaustritte sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten in nie dagewesener Größenordnung. So war es jedenfalls 2022. Und da sind die Inflation und das weniger zur Verfügung stehende Geld sind da nur die minderen Beweggründe. Wenn wir uns das anschauen, die sprechen von der letzten Generation, die ist ja sehr gut organisiert. Wir erleben es, es sind amerikanische Milliardäre, die damit dahinter stecken. Da ist der Name Getty und verschiedene andere, die sagen, sie wollen mit ihren Milliarden und mit den überflüssigen Beträgen, die daraus aus Gewinnen resultieren, wollen sie die Welt verändern. Wir erleben ja hier konspirative Wohnungen. Wir erleben hier, dass das strikt organisiert ist, dass Menschen Gehalt bekommen und das so wie jünger angeworben werden. Aber ist das nicht erst möglich durch eine Vorpolitik? Ich spreche vom ehemaligen EKD-Vorsitzenden Bedford-Strom, der das alles ermöglicht hat, wo man gemerkt hat, Moment, da sind Linksgrüne, finden dort Einlass in einer Form, ohne auch mal eine Gegenmeinung zu akzeptieren? Ja, das ist das Traurige, dass im Grunde genommen die Kirche so tut, als ob diese Endzeit-Prediger den Glauben repräsentieren. Dabei ist das glatte Gegenteil der Fall. Und Bedford-Strom, andere, Frau, die Dame aus Niedersachsen hier, die da lange unterwegs war, Bedford-Strom hat die Kirche so beeinflusst, politisiert. Das heißt, eine politische Kirche, eine politische Kirche ist eine sterbende Kirche. Das muss einfach klar sein. Es ist auch kein Wunder, diese Erwähnten ist, dass viele Menschen aus den Kirchen austreten, aus der katholischen, aus der evangelischen Kirche. Viele sind gar nicht ungläubig, ganz im Gegenteil, sondern sie suchen einen echten Glauben und wenden sich dann zum Beispiel Freikirchen zu, weil eben die meisten Freikirchen in Deutschland eben nicht die politisierte Predigt machen, sondern weil die sich um den Glauben kümmern, weil die sich um das Evangelium kümmern. Und deswegen ist ja auch so, dass sowohl in der katholischen wie in der evangelischen Kirchenverwaltung, Hierarchie, die Freikirchen kritisch gesehen werden, letztlich nur kritisch gesehen werden, weil sie zu Recht, zu Recht die Konkurrenz sind in vielen Fällen. Und ich kann jeden verstehen, der aus den beiden großen etablierten Kirchen austritt und den Glauben woanders sucht, bei echtem christlichen Glauben. Nun gehört auch zum Christentum die Menschlichkeit, die Ihnen von der AfD immer abgesprochen wird. Sie werden unmenschlich, Sie sind nicht menschlich. Nun kann ich bei Jürgen Braun das nun nicht im Ansatz feststellen, wie bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Aber erleben wir hier nicht genau das Gegenteil, dass man sagt, man muss einer Gruppierung eine Stimme vermitteln, ob es Ihnen nur passt oder nicht. Aber die eigentlich, wenn man es genau anschaut, genau christliche Werte verfolgt, nämlich das ehemalige Wahlprogramm der CDU, CSU. Denn wenn wir uns das Wahlprogramm anschauen, liebe Zuschauer, ich darf Sie noch mal informieren, Jürgen Braun war lange Zeit verantwortlich tätig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Also ein Mann, der durchaus weiß, von was er spricht. Aber erleben wir hier, dass seitens der Kirche ein Weg eingeschlagen wird, der als zwischenmenschlich, als nicht als christlich bezeichnet werden kann. Denn auch die AfD, sehr, sehr honorige Politikerinnen und Politiker der AfD, werden ja in einer Form verurteilt, anstatt sich schützend davor zu stellen. Denn wir kommen noch das Thema Krieg, was wir in Europa erleben. Da erlebe ich nicht, dass die Kirche sich für einen AfD-Politiker stellt, der sagt, Waffen schaffen keinen Frieden. Im Gegenteil, man schlägt dann gemeinsam auf den entsprechenden Politiker ein und sagt, du bist ein Putin-Versteher. Ja, also die Politik der EKD folgt letztlich seit Jahrzehnten der Linie der Grünen Partei, wie das im Ausland gerne beschrieben wird, in Deutschland als Bündnis 90 die Grünen bekannt. Wobei der erste Teil Etikettenschwindel ist, weil aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR ist da fast niemand mehr übrig geblieben. Schon lange nicht mehr, die sind alle weg. Und die haben diese Menschenverachtung gegenüber politischen Gegnern. Das war übrigens in der grünen Szenerie von Anfang an der Fall. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, die Grünen und alle ihre Vororganisationen in den 80ern sind ja weitgehend entstanden, auch aus dem deutschen Linksterrorismus. Das darf man nicht vergessen. Der deutsche Linksterrorismus war eine der prägenden Wurzeln der Grünen. Und die Grünen haben zum Beispiel zwei wegen Terrorismus mit Strafverfahren überzogene 129a, zwei namens Klöckner und Herr Lien, haben die absichtlich auf die Europalistenplätze 1 und 2, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesetzt, damit die beiden wegen Werbung für eine terroristische Vereinigung demnächst dann angeklagten, damit sie die Immunität des EU-Parlaments genießen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind die Machenschaften dort gewesen. Man distanzierte sich nicht vom Terrorismus, sondern hat die Leute noch gefördert, entsprechend, die damit zu tun haben. Und diese Leute, die wollen nun heute sagen, was richtig und was falsch ist. In den 80ern standen die Grünen dafür, dass Bundeswehrsoldaten angefeindet wurden, dass in evangelischen, teilweise auch katholischen Kirchen mitunter Soldaten nicht zum Gottesdienst zugelassen worden sind, menschenverachtend hoch 10, diese ganze Haltung. Jetzt plötzlich haben die Grünen einen Schwenk vollzogen, den sie selber nicht so richtig erklären können. Und jetzt plötzlich bewegen sich auch die Kirchen und sagen plötzlich, Waffen sind gut, nachdem man vorher immer gesagt hat, Waffen sind schlecht und das über Jahrzehnte. Das muss niemand verstehen. Und man hört auch von NTV, es gibt einen Sprecher für die Rüstungsindustrie. Man sprach letztens von Experten, von Anton Hofreiter. Und Sie gestatten, dass ich da doch ein lautes Lachen an den Tag legen musste. Ich habe Wehrdienstverbreiger, Anton Hofreiter war immer Wehrdienstverbreigerer. Und nun will er, dass andere Leute, andere Menschen, nicht seine Kinder, nicht er selbst, die haben dann gefährlichst in den Krieg zu ziehen. Ja gut, ich meine, dem Mann fällt schwer, ein G36 vom Besenstiel zu unterscheiden. Das muss man mal so salopp sagen. Herr Braun, wir alle haben Jahre erlebt, Corona, wir haben Einschränkungen erlebt. Menschen sind für ihre Bürgerrechte, für ihre Freiheitsrechte nach den demokratischen Möglichkeiten auf die Straße gegangen. Wir haben Filme gezeigt, die wir verifiziert hatten, die den Tatsachen entsprechen, wo eine 65-jährige Frau in älterer Herrschaften über den Asphalt gezogen wurden. Wir haben erlebt, dass es ein Buch gibt, das heißt, wir werden einander viel zu verzeihen haben. Das ist schon sehr wagemutig, Jens Spahn. Wir haben einen Gesundheitsminister, derzeit Karl Lauterbach, der im Ministerium weiter mit Masken herumlaufen lässt. Wir erleben, dass sämtliche Berichterstattung, die wir hatten, den Tatsachen entsprochen hat. Alle Videos mussten wieder, alle Berichte mussten wieder eingestellt werden. Wir haben eins zu eins aus dem Gesundheitsausschuss berichtet. Wir erleben, dass Facebook und verschiedene andere, auch Google zugeben müssen, dass sie einbestellt wurden, sei es in den Staaten vom Kongress, sei es hier in Deutschland von der Regierung, dass wissentlich britische Meinungen gelöscht wurden. Das steht nun mal hier an der Tagesordnung. Jetzt erleben wir, und das haben wir den Zuschauern mit eingeblendet, es gibt eine Pfarrerin, Ilka Sobotke. Sie ist Pfarrerin. Wir haben seinerzeit sie in die Berichterstattung mitgenommen. Wir wurden von Kirchenanhängern in der Form dann diffamiert. Wir würden hier eine angesehene Pfarrerin hier grundlos beschuldigen. Sie sagte seinerzeit, Impfen ist Nächstenliebe. Wenn wir uns heute die Nebenwirkungen anschauen, wenn wir heute hören von BioNTech-Pfizer, wenn wir von Moderna hören, dass wir sagen, die Nebenwirkungen, es ist ein Impfstoff, der auf mittlere und lange Sicht nicht zu beurteilen ist, dessen Wirkungsgrad längst nicht so war, wie es prophezeit wurde, und dessen Nebenwirkungen so stark sind, dass jetzt auch die Medien und die Öffentlich-Rechtlichen sich befleißigen, darüber zu berichten. Eine Pfarrerin sagt, Impfen ist Nächstenliebe. Sie ist weiter im Amt. Ja, sie ist weiter im Amt und sie missbraucht Grundsätze des christlichen Glaubens für aktuelle Politik. Und das ist das Erschreckende. Das ist wirklich das Erschreckende. Wer eben so, sage ich mal, die Bibel verfremdet, politisch verfremdet in eine Richtung dreht, auf die heutige Zeit, auf heutige politische Auseinandersetzung, ist im Grunde genommen ungläubig. Das muss man mal ganz knallhart so sagen. Das ist eine Leugnung des christlichen Glaubens. Wer so missbräuchlich mit dem Glauben umgeht. Und es ist ja sogar so, dass Gottes Gerechtigkeit, das wissen alle, die sich mit dem Glauben tiefer beschäftigt haben, mit der irdischen Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Selbst wenn man der Meinung ist, man handele irdisch gerecht, heißt das noch lange nicht, dass Gottes Gerechtigkeit genauso das einstuft. Wir kennen das vom verlorenen Sohn, wo dann am Ende der andere Sohn fragt, warum, ich habe doch alles richtig gemacht, warum werde ich nicht so gut behandelt, so ungefähr. So in dem Sinne. Also Gottes Gerechtigkeit ist für Menschen nicht immer so nachvollziehbar. Aber das nun zu missbrauchen, die Sätze, impfen ist Nächstenliebe, Frau Sobotke, das ist natürlich ein Hammer. Das ist ein absoluter Hammer. Wie kommt man dazu? Und jetzt ist ja weit, ich glaube, eineinhalb Jahre sind seitdem vergangen, seitdem sie das vor einem Millionenpublikum erzählt hat, diese Parolen. Wo ist die Korrektur von ihr? Von einem Christen erwarte ich dann aber auch eine Umkehr und dann das Eingeständnis, tut mir leid, ich habe es falsch gesehen. Dann kann man darüber reden. Aber verzeihen, wir werden uns viel verzeihen müssen. Das funktioniert dann nicht, wenn diese Leute alle so tun. Ja, das konnte man ja nicht wissen. Ich weiß doch, ja, natürlich habe ich im Kern recht gehabt und so weiter. Also man muss ja ganz klar sagen, diese ganze Behauptung mit dem Impfen, würde man andere schützen, ist ja von Anfang an fragwürdig gewesen, fragwürdig, völlig fragwürdig gewesen und inzwischen komplett widerlegt. Das Impfen hat ja niemand, niemals andere geschützt. Es kann sein, dass es Einzelne am Anfang so geschützt hat, nachher die Boosterei, das ist das besonders gefährliche. Die Boosterei war das Schlimmste bei diesen Handlungen, denn wir wissen, dieser wahrscheinlich unwirksamste Impfstoff aller Zeiten ist dann beim Booster natürlich, da überwiegend dann die Nebenwirkungen, jegliche mögliche Wirkung. Das war ganz eindeutig erkennbar. An der Vielzahl der schweren Erkrankungen, die Leute durch das Impfen bekommen haben, also mit dem sogenannten Booster. Impfen ist Nächstenliebe. Also Frau Sobotke, Sie sollten sich mal äußern, Frau Sobotke, in der Öffentlichkeit, ob Sie solche irren Äußerungen jetzt bitte mal korrigieren. Wir können Sie mit Ihnen darüber reden, wenn Sie Ihre Fehler einsehen. Aber das ist der erste Punkt. Man muss auch, ich bin bereit zu akzeptieren, dass man Fehler macht. Ich mache auch Fehler. Dann müssen aber auch diese Kampffahrer und diese Kampffrauen in Mannheim davon wie Frau Sobotke, die müssen dann auch mal in der Öffentlichkeit sagen, so, ich habe hier falsch gelegen und ich bitte um Verzeihung. Dann kann man darüber reden. Aber dieses großkotzige Getur oder jetzt Drosten, Drosten leugnet, Christian Drosten leugnet, dass er jemals zu Schulschließungen aufgerufen habe. Er habe das niemals unterstützt, wenn überhaupt nur kunstlokal. Das stimmt alles gar nicht. Es ist erstunken und erlogen, was dieser Mann jetzt verbreitet. Und na ja, wie oft Herr Lauterbach gelogen hat und weiter lügt. Darüber brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu unterhalten. Das ist sicherlich, die Nase reicht sicherlich von Deutschland ganz weit ins Ausland. Die lange Nase, die Pinocchio-Nase von Karl Lauterbach. Nun, das Thema Verzeihen, es sind ja nicht nur monetäre Beweggründe. Das Thema Masken und wer alles an den Tests partizipiert hat. Er hat 680 Millionen Impfdosen. Es hätte jeder achtmal geimpft werden können. Es sind ja Dinge, Menschen haben schwerste Nebenwirkungen, haben lebensbedrohende Einschränkungen. Und Menschen sind verstorben, nicht wenige. Es kommt jetzt alles ans Tageslicht. Lassen Sie uns bitte zu einem Thema kommen. Sie sind ein erfahrener Medienhase. Ich sagte es schon öffentlich-rechtlich. Sie waren dort in verantwortungsvoller Position. Wenn wir jetzt erleben, ich bezeichne es als gemein und infam, wenn die ganze Zeit, wenn Hallo Meinung berichten würde, Jürgen Braun, Sie haben dies, Sie haben jenes gemacht. Sie bemühen sich, ein Bild darzustellen, dass Ihnen gerecht wird, dass den Menschen gerecht wird im Land, um zu sagen, es soll jedem hier gut gehen. Wir haben das und das vor, wir haben das Programm. Und ich würde es ständig niedermachen. Also in einer Form, die Sie bildhaft und vom Wort her immer sehr negativ darstellen lässt. Es gibt ja Bilder von der Seite, vom Profil, ein Mensch schwitzt, ein Mensch schaut nicht so vorteilhaft aus. Ich würde Ihre Aussagen immer in einer Form zusammenschneiden, die nicht so zusammenpasst. Und dann komme ich zu einer Sendung und sage, Herr Braun, Sie sind ja in Ihrem Wahlkreis, haben Sie sich 18% vorgenommen. Sie haben nur 9% bekommen. Da haben Sie aber Ihr Ziel deutlich verfehlt. Kann man das so sehen, dass das flächendeckend in dieser Form so angewendet wird? Sie meinen also solche Manipulationstechniken, wo eben immer nur gezielt mit den Bildern Stimmung gemacht wird. Das ist sicherlich der Fall. Das ist der Fall. Und wenn Sie jetzt gucken, ich habe mich ja gewundert jetzt bei der ARD, dass jetzt nicht Herr Jarasch, Frau Jarasch interviewt hat. Denn eigentlich ist ja immer einer der Leitenden aus dem jeweiligen Sender bei der ARD, wo die Landtagswahl stattfindet, Abgeordnetenhauswahl. Berlin ist ja eine Landtagswahl, ist dann eben der Moderator als leitender Redakteur. Herr Jarasch ist ja einer dieser Leute, die tief in diesem Schlesinger-Skandal des RBB verstrickt sind. Und Herr Jarasch ist einer der Verantwortlichen, ist noch hochgefallen, wenn ich das richtig sehe, in den letzten Jahren die Treppe raufgefallen. Herr Jarasch kann seine Frau interviewen zum Thema, wie toll sie doch als Grüne gearbeitet hat. Das wäre die Offenbarung gewesen, so wie Herr Klamroth dann die Freundin von seiner Freundin Luisa, Bettgefährtin Luisa dann in die Sendung einlädt. So könnte dann Herr Jarasch fragen, wollen Sie denn nicht endlich regierende Bürgermeisterin werden? Sie haben zwar auch Stimmen verloren und in Ihrem Wahlkreis haben Sie ganz schlecht abgeschnitten und die Verkehrspolitik wollte niemand. Aber Sie sind ja eigentlich die Tollste und ich als Ihr Mann kann das nur bestätigen, wie toll Sie sind. Also das ist unglaublich. Das ist alles eine Mischproke, würde man jetzt, sage ich mal, quasi jüdisch dazu sagen. Diese Mischproke, die da einfach zusammengerührt ist. Und die kennen noch nicht mal Skrupel. Die kennen noch nicht mal Skrupel an solchen Stellen. Und das wird ganz offen, ganz offen wird alles vermengt. Und man ist eben, was weiß ich, Frau Maischberger war ja immer mit Heiko Maas befreundet. Und ja, das sind so alles, das ist alles, manche haben früher gesagt, der Berliner eine Bagage. Also das ist schon, das ist traurig. Unabhängiger Journalismus ist das nicht. Es ist Manipulation. Es ist gezielte Desinformation. Und vor allem geht es immer zugunsten der eigentlich kleinen, eigentlich klaren Minderheit der Grünen, die permanent gefördert werden durch die öffentlich-rechtlichen Medien seit Jahrzehnten. Ja, und deshalb machen wir solche Sendungen. Deshalb klären wir auf mit immer breiterer Öffentlichkeitswirkung. Wir erleben, dass wir hier, dass Menschen Angst haben. Menschen Angst in der Politik, dass sie ihre Position verlieren, weil sie nichts anderes können. Wir erleben das beim Öffentlich-Rechtlichen. Wir erleben das bei verschiedenen Verlagen, die sagen, die einen leben von der GEZ, von den Zwangsgebühren, von den Werbung, die sie noch einnehmen. Die anderen leben davon, dass sie von dem Ministerium entsprechende Werbung geschaltet bekommen. Das sind wir nicht. Und deshalb, liebe Zuschauer, wäre es schön, wenn Sie unser Haus, wenn Sie unser Programm unterstützen würden. Wir machen das aus freien Stücken. Ihre Unterstützung ist auch aus freien Stücken. Aber solche Sendungen sind notwendig, um Gesichter zu zeigen, Meinungen zu zeigen, um zu sagen, Moment, das Fenster hat noch einen zweiten Flügel. Und zwar nicht bloß einen linksgrünen Flügel, sondern auch einen wertekonservativen Flügel. Und der es allen Menschen in dem Land so verheißen soll, dass es ihnen gut geht. Insofern sage ich danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wünsche Ihnen weiter viel Erfolg und bleiben Sie streitbar. Danke, Herr Weber. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Sendungen. Und die Zuschauer, die vielen Zuschauer, die haben Sie verdient mit Ihrer Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.